Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5687. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe jetzt Mittagspause. Ich kümmere mich später um die neuen Informationen. Ich habe jetzt Mittagspause. Ich kümmere mich später um die neuen Informationen. Eilige Briefe und kleine Pakete liefere ich mit dem Fahrrad aus. Eilige Briefe und kleine Pakete liefere ich mit dem Fahrrad aus. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Ich glaube, es sind drei Jahre. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Ich glaube, es sind drei Jahre. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Bei uns fügt sich alles wie ein Puzzle zusammen. Bei uns fügt sich alles wie ein Puzzle zusammen. Am Morgen genieße ich die frische Meeresbrise. Am Morgen genieße ich die frische Meeresbrise. Emotionen sind der Klebstoff, der uns mit unseren Mitmenschen verbindet. Emotionen sind der Klebstoff, der uns mit unseren Mitmenschen verbindet. Ein Grafiker wird durch seine Arbeit zum Vermittler von Ideen und Botschaften. Ein Grafiker wird durch seine Arbeit zum Vermittler von Ideen und Botschaften. Ramon erklärt dem Team die verschiedenen Entwicklungsstufen des neuen Projekts. Ramon erklärt dem Team die verschiedenen Entwicklungsstufen des neuen Projekts. Für seinen gelungenen Vortrag erhält der Redner vom Publikum viel Beifall. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann gib uns die neue Projekte an. Untertitelung des ZDF, 2020